Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann mir das nur als Verwechslung erklären. Ich habe von ihm nie ein abfälliges Wort über Juden gehört. Für die Juden war es nämlich gleich, wer gemordet hat. Ihr Feind ist der Mann in deutscher Uniform. Da hat man ja viele Eichmann am Sack gewählt. Es gibt Dinge in der Vergangenheit, die lässt man besser dort, besonders wenn man im Glashaus sitzt. Der Justizminister, der ist tiefrot. Wir sind ja nicht immer Herr unserer Entscheidungen. Es waren nicht wir, die den Krieg begonnen haben. Und er ist doch noch nicht zu Ende. Bitte sag mal, was in Vilna war. Dass wir da sind, ist reiner Zufall.